Wir zeigen euch heute hier den Armstrecker, auch Trizeps genannt. Hierzu ist es wichtig eine angenehme Position zu suchen. Der Rücken ist gerade, Blick kann leicht nach vorne gerichtet sein. Wichtig ist sauber, nicht zu schnell arbeiten, immer mit einem kurzen Stopp bei Belastung ausatmen, bei Entlastung einatmen. Das Ganze machen wir im Kraft-Ausdauer-Bereich wieder 15 bis 20 Wiederholungen. Das Ganze mit zwei Sätzen. Am Anfang kann man auch gerne nur einen Satz machen, um sich langsam an die Übung herantasten.